Genau, schob sie zu mir! Wir sind doch aggro für mich, ist nicht schön? Ganz ruhig, doch, ich helfe dir, jetzt sind wir beide aggro. Ich hab noch so'n Ferzen. Ich darf, es kommt nicht zwischen rein, heil dich doch mal. Heilen wie? Ja, futter wat. Hä, ich hab, ich bin satt. Herzen, mir fehlen Herzen. Ja, dann heil dich doch mal. Komm mit dir, Schweinehack. Da rechts war's glaub ich nicht so, ging's nicht so gut weiter, aber geradeaus. Da war immer ne Sackgasse. Wir spielen aber Hardcore, ne? Jaaaa. Ja, weißt du, hat das Diamantschwert, ist dir so blutig? Uh. Ich hab'n Diamantschwert, ich drück's doch frei. Ach, da mal rechts lang. Aber Moment, ich soll das gleich auch noch was machen. Warte mal, lass ihn mir nach oben geradeauschen lassen. Vorsicht, da hat's Lohen und schwachte Skeletten. Da ist einer. Da sind sie da. Wie schön der geflogen ist. Wie schön der geflogen ist. Okay. Schwarzes Skelett. Stopputt. Schwein. Jetzt hast du'n Schwein angeschossen. Nee, das war die Loha. Das war die Loha. Das war die Loha. Entschuldigung. Das war die Loha. Wenn der hustet, muss der Schwein dran glauben. Wohl, das Schwein ist sowieso auf mich aggro. Eigentlich waren die Schweine ja zuerst auf die Lohen aggro. Schwer, das kommt. Wend. Jetzt laufen wir doch in den Pfeil rein. Spiel mit dem Feuer. Ich bin da schön weggeflogen. Du kannst mit dem Mausrat dann einfach wechseln, dann ist es weg. Dann ist dein Pfeil weg. Magma-Schleim. Magma-Schleim eigentlich nicht. Was hat denn? Noch nie gesehen. Ich nicht. Das machte erst mal zu. Hier sind wir gewesen. Da, wo ich zugemacht hab, waren wir noch nicht drin. Ich möchte mal betonen. Da kommt ein schwaches Speilett dahinten. Äh, ihr teilt euch grade auf. Ja. Ich hab nur kurz ihr Erfahrungsprofil eingesammelt. Fein. So. Jetzt bitte einen Weg. Ja. Dahinten waren die schwachsten Speilette. Okay. Kacke mal. Spring. Ich muss laufen. Oh. So. Hier ist auch ins vorne, genau. Da ist ein schwaches Speilett. Oh. Oh. Ach so ein Angsthasen? Ich war ein schwachstes Speilett. Ja. Gut. Der freut sich wohl schlecht. Der freut sich vor schildern. Geht sie hier unten runter, guck mal. Ja. Ah, wo willst du denn hin, kommst du auf wieder hoch. Oh oh oh. Oh oh oh. Ich hab Schweine. Hier ist Lava. Ne, hier ist nix. Da drüben ist... Ach so ein Dark. Wie schön die wegfallen. Ähm, ich glaub ich bin... Ah, du kannst noch. Okay, ich glaub ich bin voll. Was? Das ist gut denn jetzt, dann kommt die auch wieder. Doch, guck mal her, guck mal her da. Da leg noch einen. Boah, was ist denn da los? Oh, was ist denn hier los? Oh, hier ist das. Dark. Ich glaub ich das krieg. Kriegt da Sterne oder was? Doch, Achtung, da oben kommt das Schwein. Wo? Äh... Asko, du hast über dir... Wir haben hier ziemlich tierische Probleme. Ey, ich hab hier Schweine. Ja, ich komm ja schon. Komm doch eins von der anderen Seite, Doc. Achtung, Doc. Alles klar. Wir lassen grad Asko allein, ne? Weil... Ja. Macht mal, ne? Wir haben Schweine, äh... Weiß. Wir werden hier gejagt und allem. Weiß. Das hat ich hier bereich, Asko. Du brennst. Ja, ich... Ich... Ich weiß, dass ich brenne. Aber ich kann nichts machen. Aber was da oben los ist. Lauf erst mal rein. Wow, ich brenne auch. Kommt zu mir. Hier sind wenigstens Wände. Ja. Ja. Wie sieht... Wie... Wie geht's euch? Gut. Ja, 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 ja. Muss ja, ne? Da oben ist ein... Ist ein Spaner. Da ist nicht nur einer. Oben rechts hier. Hä? Hier ist ein Schwein, zu meiner Rechten. Hier ist ein Schwein, zu meiner Rechten. Doch. Ah, da. Ich falle für mich. Achtung. Hm? Au. Aua. Wow. Ist auch weg hier. Oh, oh. Ich hab noch drei Herzen. Ich hab dir erstmal dicht gemacht. Das ist Hardcore, ey. Das ist Hardcore, ey. Gerade das ist ein Reeferskelett. Das ist klar, Achtung. Da hinten. Da. Ich hab auch so ein Schleimball im Ohr. Mach dir erstmal volle Herzen, bevor wir weiterlaufen. Ich hab volle Herzen. Ich hab nur keine... Keine Pfeile mehr. Ich frag mich, wer denn wer kämpft? Warum schießen die denn? Ah, ich hab's erwischt. Ich geh mal zum Schwarzen da hinten. Skelett. Ah, weg, Asko, komm. Ich falle ich ne... Ich hab ihn. Asko rennt an mir vorbei. Ist das ein Kopf? Ist das kein Kopf? Ich bin vergiftet. Du bist verflucht. Ja. War ich doch. Dann solltest du nicht brennen. I'm burning. Da von da drüben, guck mal. Nicht weit, oder? Warum? Oder nicht? Mann. Sag mal guten Tag. Hab's guten Tag. Hab guten Tag gesagt. Was? Ich hätt gern Schleim. Hab ihn. Hab ihn. Die spawnt das eigentlich auch. Ja. Nach fünf Minuten. Da unten kommen die Schweine. Da geh ich nicht runter. Ich auch nicht. Aber wir können ja mal hier durchgehen. Ich hatte da hinten einen Weg gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Der gestört hat. Siehst du den Wiffer? Oh nein, die haben sich wieder vergiftet. Das ist alles schwierig. Wiffer kommen nur an schwarzen, äh, dunklen Niederfestungsstellen raus. Wir können ja später die Gänge wieder dunkel machen. Zum Erkunden erstmal ausleuchten. Wo geht's denn da hinten hin? Da fehlt nix mehr Sporn, weißt du? Von diesen schwarzen Viechern. Ja, 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 ja. Oh, oh. Irgend so ne Sau hör ich schon wieder. Ja. Hm, soll ich hier mal runterbuddeln? Ich weiß nicht, was das sinnvoll ist. Naja, das hättet nicht gut an. Komm, spiel von hiemen in zwei. Dann zwei, eins mach mal doch. Wow. Ein paar Pfeile hab ich noch. Mach mir mal. Da unten liegt n... Ja, ich's will ich haben. Schützt mich mal von oben. Keine Pfeile. Oh, die Höhe hab ich schon mal. Ist das in der Mitte unten sicher? Das ist wie ne Arena, wenn ich da jetzt rausgehe. Da unten. Die helfen. Ich glaub, mich sind die, glaub ich, noch nicht Akkauer. Oh, doch, komm. Da sind haufenweise Schweine unten. Ich will ja hin. Ja, ich hab da mal... So kann ich dir aber nicht helfen. Wenn der zu ist. Ja. Ich wollt bloß, dass mich kein Schwein von oben erwischt. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Schweine. Oh, ich hab da... Oh, ich hab da... Oh, ich hab da... Aufklage. Ich hab da allerbeste... Tralali, tralala, tralala... Vorsicht, da kommt noch mehr. Rechts, da kommt noch mehr. Rechts, vor rechts. Da haben wir mal eins. So. Wer hat mich da geschossen? Vorsicht, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Rück rum. Alter, hat mir einer gehauen, eben. Mach mal nen Aufstieg. Da oben ist ein Lohn. Aufstieg, rechts von dir geht's steil runter. I'm Brenner! Da ist noch ein Lohn, Star. Star. Hab ich alles? Ich hab ja... Wieso ist das da hinten? Korbels? Achtung, doch, neben dir! Da, hier. Oh, oh. Habt ihr alles, was ihr nicht braucht? Ja, ich, äh... Ich krieg gleich erst mal meine Unterhose ausfragen, glaub ich. Wir haben nur Akro auf dich, ne? Aha. Ich bin auch der Böse. Ich schulde meine Brüder, wo ist denn hier, wo kann ich denn... So, hier waren wir schon. Ich hatte da noch ein paar Dings versiegelt, da ging's nur noch weiter. Hier. Geh mir hier nochmal lang. Okay. Auf die Pfötchen! Auf die Pfötchen! Ja, super! Ja, ich muss wieder was essen. Moment. Du hast doch gerade gegrillt. Halt mal hinter dir, Doc! So, ich renne hier mal durch. Ich kann übrigens jetzt mehr auf dem, da die Speicherkapazität nicht immer so hoch ist. Ach du grüne Neune. Okay. Wir sind nicht weit von zu Hause weg, glaub ich. Und trotzdem weiß ich nicht, wo wir sind. Na gut, gehen wir wieder. Ich glaub, das war ne Sackgasse. Aber ne, da war es noch keine gefunden, ne? Ne, stimmt. Aber hier gab es so einen komischen Raum, da müssen wir noch mal gucken gehen. Da oben, da wo diese... Gerade zu. Da müssen wir noch mal hin. Das müsste so einer sein. Hier auflassen oder zu machen, Doc? Mach wieder zu, da waren wir ja. Da ist nix. Irgendwas schießt hier. Hier müssten die Warzen sein, glaub ich. Okay. Hier könnten noch Kisten sein, aber ich geh hier nicht alleine. Das ist hier eine Loa, Asko. Zwei sogar. Nur damit da keiner reinfällt. Da ist ne Sackgasse. Ja. Auch ne Sackgasse. Meh. Ähm, Vorsicht. Dahinten sind Lohn und das Schwein um der Ecke. Warte, warte, Asko. Ich sperre uns mal den Rückweg, damit hier keiner von hinten und so... Hallo, Aachen, Doktor, das ist ein Schwein. Wie's kommt? Ich mach hier mal so ne kleine Schutzkammer. Wo bist du? Bin noch nicht weiter gelaufen. Wo? Ach so, dann. Ich hör ganz viele Getippel. Ganz viele Lohn, da neben mir. Achtung, Asko, geh mal weg, Papa. Hast du eigentlich nen Feuerbogen? Nein. Bringt aber den lang nix, oder? Die Feuerbogen. Ah, hab's aber. Hallo. Vorsicht. Oh. Diese blöden Skelette. Ich hab ne Kiste. Zwei Kisten. Kann ich ihn einsammeln. Meterwart. Was machst du da? Ein Schutzraum. Oh. Wir teilen uns grad so auf. Diese Schleimwälle. Äh, können wir vielleicht zusammenbleiben? Doch. Hast du Platz? Ich hab noch Platz. Komm mal her. Oh, ne Goldrüstung. Oh. Ne, der Warzen. Und, und, und. Oh. Hab keinen Platz mehr. Das ist die Kiste. Wo denn? Der Kopf ist mitgenommen. Einer von euch macht immer keinen nicht. Biele, der rennt mich nicht. Na toll, das passt nicht. Ähm, denn das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und die Knochen. Das hab ich. Ich hab die Schippe da. Ich hab die Arme geschlagen. Feuerzeugen brauchen wir kalt. Ich hab fast kein Futter mehr. Wo ist denn der Biele? Hast du kein Futter mehr, Doc? Ich weiß nicht. Biele ist weggelaufen. Hast du kein Futter mehr, Doc? Ich hab Nederwarzen. Ich hab Nederwarzen. Ich hab Nederwarzen. Ich brauch welche. Das passt nicht. Danke. Hier, ich geb dir Gammelfleisch dafür. Danke. Da hab ich besser. Keiner kommt hier. Ich musste irgendwas in die Kiste laden. Weil ich hab zwei Vettel gefunden. Hab hier noch ein bisschen, äh, angebrochene Koppels. Dann sammelt man die Koppels ein, die ihr noch angebrochen habt. Hat einer noch vermissen. Magna-Creme? Magna-Creme? Wer hat die Magna-Creme in der Tasche? Ich. Ja. Nimm mal den. Das Goldschwert nämlich mit. Das war hinter dir. Hm? Ja. Moment. So. Für mein Dank. Boah, Barzen. Ich hab Schweinengölbe. Ich mach mal die Kiste auf. Der Sattel passt nicht mehr. Ich hab schon zwei. Die stecken sich nicht. Boah, was ist denn hier los? Darf ich mal das Fenster aufmachen? Warte mal. Mach mal. Wah. Lattineter-Barzen eingesammelt, ne? Ja. Lattineter-Barzen, da liegen noch welche hinter dir. Du musst... Das ist so. Ne, schau mal. Ach, das ist alles. Ich hab' für's mit der Skiding! Ich hab' für's mit der Skiding! Wo wird's mit der Skiding? Ne, mir geht's so weit gut! so ich bin eingegrabbelt sicher sicher hoch ja in der kiste ist gut ja ein Trepp auch. Ja. Es waren viele Treppen, viele. Hier ist nichts mehr, okay. Hier hört sich an wie... Hier hört sich an wie... Hier hört sich an wie in der... Ach, ich hab's geschluckt. Ja, das hast du Goldsack jetzt, oder? Guck mal. Asko hatte wohl noch Platz. Was denn du mir jetzt hier wieder gegeben? Nein. Ich hab jetzt drei Sattel... Ich hab dir gar nichts gegeben. Ich hab drei Sattel und drei Goldzaumzeug. Ich hab zwei Sattel und... Ich hab Diamanten, eine Pferderüstung und eine Goldene Pferderüstung. Und Diamanten hab ich. Ich hab fünf Diamanten gefunden in der Küste. Hab ich schon erwähnt, dass ich weiß, wo Pferde sind? Ja. Da ist immer rausgelaufen. Das war am Wasser. Oh, ein ganz viel Guterzern. Gut, ich hab was jetzt hin. Äh, hier. Hier waren wir noch nicht. Hier waren Schleimbälle, da hab ich die alle kaputt gemacht. Die Schleimbälle. Hier waren wir schon, aber hier waren wir noch nicht. Aber hier waren wir noch nicht. Ich hab keine Pfeile mehr. Aber natürlich muss ich brennen. Hier waren wir irgendwo noch nicht. Ja, und waren wir auch noch nicht. Doch, Asko war doch hier, ne? Warum heißt er denn nicht? Du machst doch mal keine Fackeln in. Das sind Schweine, Achtung doch. Die kommen schon her, Garant. Was macht er hier, sind Schweine? Ich hab mich zu Kaffee und Kuchen einladen wollen. Ich hab drei Diamanten gefunden. Oh, da drüben ist wieder so ein sauer Reiter. Wenn du möchtest, kannst du was geben. Dann brauchst du keinen Platz. Stopp! Aber Asko sagt auch nichts, ne? Steht da, rennt fünf Schweinern, der bei Asko sagt nix. Ich hab ihn mit keine Augen guckt, man hat ihn in die Kiste geguckt. Ja, ich hab ihn in die Kiste geguckt. Und hier sind die Schleimbälle. Da ist ein Goldharnisch. Ah, ein Goldharnisch. Hast du noch Platz? Das ist ja die Pilze hier. Goldharnisch. Ja, Asko? Hast du noch Platz? Da ist ein Goldharnisch. Wer nimmt mehr drin? Da kommen wir jetzt mehr. Ja. Die sind immer noch ganz wild auf mich hier. Ja, komischerweise nur auf dich, ne? Ich wollte echt das falsche Deo anbeliehen. So wollte ich grad zahlen. Und hier war ich noch nicht, ja, hier war ich noch nicht. Hier waren wir schon. Nein, hier waren wir noch nicht. Ja, hier war. Stopp! Hier. Da dann. Da dann. Passt nicht mehr. Äh. Ich würde sagen, hier geht's nicht mehr weiter. Doch, hier ist noch ein Weg hier oben. Komm mal. Oder? Nee, da ist nur ein Raum. Nee. Da ist nur ein Raum. Warte mal. Zieh's doch von hier unten. Komm doch. Hm. Nun. Das ist noch total. Lass mich doch mal. So. Zweier mal hab ich noch. Boah, ich dachte, da kam ein Schleim. Ich behalte mal den Rückweg im Auge. Wie immer heulen, ne? Brrrr. Brrrr. Ja, mein Lukas hat geballt. Äh, ich kann das halt erst mal hier noch nicht warten. Geradeaus. Wie sieht der Lunge aus. Wo kamen die eigentlich her?